Innovation und Speed-Alarm. Kamaric, Christoph Baumgartner, Elas, Pebo, Wiener Dabur. Der Interactive Data Space erfasst nicht nur die Geschwindigkeit. Fußball auf höchstem Niveau lässt sich in vielen physischen und taktischen Einzelfänomenen bewerten. Der gläserne TSG-Spieler. Die Geschwindigkeit dieser Herren ist unser Thema. Die Schnelligkeit ist einfach angeboren. Ich weiß jetzt nicht, ob man das viel mehr trainieren kann. Ich mache es einfach in Situationen. Mit 34,65 Stundenkilometern quasi geblitzt. Einer von ihnen. Unsere Quizfrage heute. Wer war der schnellste TSG-Profi in dieser Bundesliga-Saison in einem Spiel?